Mensch, ich kann es auch nicht sein lassen mit dem Aufnehmen von Dr. Mario World. Aber es ist auch der letzte Part für heute. Sie müssen es mit dem Aufnehmen. Es ist ja, wie ihr hier seht, schon 22.51 Uhr. Aber das Spiel macht ja auch Spaß. Für mich zumindestens. Was ist jetzt los? Ja, das hatte ich schon einmal, als ich das getestet habe. Da kam auch auf einmal ein P-Accode auf. So ganz perfekt ist das Spiel auch noch nicht. Das ist ein Kritikpunkt, auf jeden Fall schon mal. Alter. Und dass zu viel Werbung auftaucht. Das ist auch ein Kritikpunkt, aber... Das ist halt ein Handy-Spiel. Der Super Mario World taucht und in dem Cosm-Pocken-Camp taucht der Aufwärmung auf. Auch zu viel. Meine Meinung nach. Kapsel-Ex steht dir jetzt zur Verfügung. Beseitige damit auf einen Schlag alle vorhandenen Kapseln. Ich gebe dir mal ein, damit du ausprobierst, wie das funktioniert. Und wenn ich noch die Kapseln dazufrege, dann wäre es extrem cool. Ich gebe dir mal ein, damit du ausprobierst. 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 Nein! Oh! Look up! Oh! 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 Johnny Eagle. Yes! Yes! Realizations. Aber ich krieg keine dazu. Ist glaube ich unfair. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.